Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde. Hallo! Manusweig mit dem Doppel Town Team 5v5, Messerrunde wie gewohnt. Ach Messer, stimmt, zusammen. Wir haben heute dabei Konzer, Dalu, Burly, meine Winnigkeit, Tautom, Marv gegen Messerrunde. Ja, ja Messerrunde. Liquid, Dalu, Kundran, Megmanus und Pixelspray. Ich komme von hinten. Genau. Ah, da wird einer abgestochen. Oh, helf ihn. Alter, zwei haben wir gewischt, Leute. Einen haben wir noch gemischt. Ja, ja, nice, nice, nice. Jawoll, jawoll, jawoll. Ja, bitch. Ich würde eigentlich schon innen kommen. Und du? Nein, wer? Ja, ja, stay. Wir bleiben einfach. Das ist so unnötig, weil wir bleiben. Eigentlich schon, ja. Wir haben noch nie gewechselt. Einmal auch gewechselt. Kevlar? Kauft euch mal, kauft euch mal Nate und wirft die mal nachher, wirft die gleich mal mitte hinten durch. Ne. Gebt die. Hoch. Exklusiv oder Brand? Die kommen E-B. Ne, ganz normal exklusiv. Wohin? Links durch den Gang? Nein, rechts. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier, 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 hier. Wenn ich die Granate scharf mache, geht sie hoch? Oh, ich kann doch. Geht die Granate hoch? Nein, nein, erst wenn du wirfst. Immer noch A, für die, wo du auf B rumbleiben. Ja, ist bestimmt. Grenade out. Ich. Oh, Dadusch. Ah, scheiße. Dennoch auf A. Oh, kann ich nicht sagen. Wer raubt denn da schon wieder? Dadusch. Ohoho. Wird nicht. Nein, oben. Oben. Oben noch innen. Oben, rechts. Oben und hinter der Krippe aus. Hinter der Krippe. Hier bin ich dem Rauch erschossen. Springen. Luftabsecker, der Ante. War die Holy-Moly-Grenade. Hey, Kurzer. Ja, wir können den zweiten forcen. In der zweiten ist ein Standard-Force einfach. Ja, kaufen oder nicht? Ja. Ja, kaufen oder nicht? Ja, kaufen oder nicht? Ja. Let's go, let's go, let's go. Was ist das so? Okay, noch spiel. Das ist Dalu, aber klar. Er wird die nicht kassiert. Nee, die liegt hier. Oh, kommen Sie? Ach, wahrscheinlich wieder A. Nee, das ist Dalu. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall 2 A. Der steht gerade noch auf dem Ding, ey. Jo. Oh, Alter. Oh, wieder. Oh, wieder. Oh, wieder. Oh, wieder. Oh, wieder. Oh, das wird schwer. Oh, das wird schwer. Gut, ich bin da mal weg. Mann, lass mich nur hin. Und überall. Das ist eine IQ, komm. Ist mir egal. Hast du eine Waffe? Hat er nicht. Ah, das schafft er. Das schafft er. Ach doch, nö. Na komm, jetzt gib Gaster. Nix. Bei Kills kriegst du noch. Will ich nicht. Will ich mal ein bisschen. Nix. Wir werden die Waffe gleich haben. Kannst du mir droppen. Ist auf A, ehrlich. Theo. Hier ist jemand. Mach, 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 mach. Worauf wäre ich jetzt noch gestoppt, ne? Wer will die haben? Da, 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 da. Ja, danke schön. Da steht die ganze Zeit nach vorne, ne? Dass du in der Mitte wieder verlierst da. Also ihr kauft nichts, ne? Ne. Außer, außer Marv. Kevlar? Entschuldigung. Ne, ne, ihr kauft nichts. Ihr habt ne Komplett-Iko. Alter, jetzt hab ich noch 34. Ich hab ihn Headshot verpasst. Also ich hab ihn auf jeden Fall Kopf getroffen. Hier auf B. Kann man auf den Messern stehen? Ich hab da noch einen erwischt. Warum ist A wieder? Was will denn da? Schade. Ach, es war Kondra. Ist auf A? Kondra nicht in der Freebase. Ich bin auf C. Ich will gerade ne Headshot. Ich war blind. Ich war blind. Schade. Scheiße. Hä? Was denn? Ach, ihr wart unterürdig. Ich dachte, ihr steht da. Deswegen hab ich nicht reagiert. Shit. Er ist auf dem Spot auf A. Bei der Brücke beim Übergang. Komm schon. Alter. Oh, du brauchst es genau getroffen, ne? Ja. Komm, du musst Gas geben. Nimm die Pistol. Ja, nimm die Pistol. Und jetzt geh. Hinter der Box da. Links. Links. Er spielt mit dir. Ja, ja, ja. Kannst nicht mehr defuse. Aber immerhin. Too late. Run. Run. Too late. Run. Nooo. Mann, ich dachte, ihr seid später, wo ich rauskomme. War ne IQ. Alles gut. Kaufen? Ja. Kaufen. Ist die MPA A1 teurer als bei T? Ja, ne? Nein. Ja. Ja, natürlich. Bei T kostet sie eine AK. Grab a gear, let's go. Was? Bei Terror hast du eine AK. Ja, aber ist sie genauso teurer? Nein. Ne, die kostet zwei Singen. Decoy. Oh, B. Spam Dalu. Ja, nice, nice. Weiter, halten, halten, Leute. Hinten ist noch einer an den Treppen. Ja. Und oben einer Fenster. Und rechts, rechts mit der Tür ist auch einer. Hat nicht schon. Ne. Was ist dann? Links bei den Treppen war noch einer. Links bei den Treppen, da. Das sind zwei. Die letzten Mann. Letzte. Das hat sie da. Nein. Ja. Kann man mehr droppen? So, für T.A. Oder krieg ich gut noch Geld? Ne, ist schon gut. Weißt du nicht? Oder, ja, weiß ich nicht. Wenn ihr Geld über habt, ja cool, dann könnt ihr hier noch eine Käfer kommen. Da. Bitte. Nice host. Was war noch mal mit der Brand bei CT? Die macht Rüstungsschaden oder Fullschaden? Nein. Was macht die Brand? Was macht die? Was ist der Unterschied hier nochmal? Die Brand ist einfach ein Flächenschaden überzeit. Nein, aber was macht die hier im Gegensatz zu T? Weil sie hier taucht. Kein Unterschied. Identisch. Hä? Dalu hat mir erzählt, dass sie bei einem Körperschaden macht und beim anderen. Dalu hat sie. Wow. Wow. Oh, mit Fenster. Oh, mit Fenster. Das finde ich schön. Sag ich doch. So ein Fenster hatte ich. Und A unten. Aber A unten ist down. Ja. Können wir auf A verschieben? Alles drin? Ja. Einer hast du noch. Scheiß drauf. Die Pumpteck. Also wie gesagt, dadurch hat die verarscht. Die machen identischen Damage. Hab ich. Ne, hast du dich. Ne, hab ich. Warte mal. Hä? Hä? Hast du auf den Team den runterfallenden geschossen? Ja. Hast du den gekillt? Nein. Ach scheiß. Na klar. Ja, weil ich hab auch auf ihn geschossen und hab ihn hinter der Wand gekillt, jeden anderen. Ja, dann. Schön. Papierwände. Du hast ihn doch schon mal erschossen. Hehehe. Leading down smoke. Smoke. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Gleich, wirklich. Fire in the hole. Fire in the hole. LB, alles ruhig. Hier rücken ist der nur drinnen. Wo? Bei B? Bei A sind Steps, ja. Throwing grenade. Sauber. Grenade out. Ich flash. Flashbang. Das war Dado, genau. Den hatte ich ja schon. Ey, ich lag gerade wie kacke wieder. 104er ping. Was bist du heute? Easy. Ja, wir müssen dazu sagen, wir sind natürlich sechs. Aber hotter lags. Und von Teams ist es eigentlich skillmäßig relativ ausgeglichen. Ich hab halt jetzt gerade noch einen guten Tag. Die Handlade aus dem Schaden. Das ist ja bei mir immer eine Frage. Wohohohohoho. Tut mir leid. Das war Tlamm. Ich hau wieder eine Brand rein. Jo. Das rechte Fenster. Könnte B werden. Wird B. Pole drin. Brand und Dramat um. Nice, nice, nice. Oben, oben, oben Fenster. Nice. Die haben wir schon oben. Sie kommen oben raus. Nein, ich hab mich schon geduckt. Egal, oben ist einer. Egal, oben. Oh, rechtes oder richtiges Fenster. Ich steck die Packe, ey. Aber ich spreff halt trotzdem. Ich bin sehr krank. Aber. Nein, drin ist da noch. drin ist da noch. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Wie viel Schaden hab ich gemacht, hab ich grad nicht gelesen. Du hast auf jeden Fall zwei Assists gehabt, also hast du gut gemacht. Schon mal wieder eine Brandtisch. Klingt gut. Wenn der B sagt. Wenn's B gut klappt, dafür schein. Die hältst du komplett dadurch auf, weil die halt nicht so rauskommt. Smoke. Throwing Flashbang. Throwing Smoke. Nein. Wird wieder B, links der B. Ja, wird wieder B. Da sind sie alle. Wird wieder B. Einer ist schon links durch. Grenade out. Hier ist keiner. Also bei B selbst ist keiner oben. Die kann man durch. Die kann man links beben. Ich weiß. Ich kann keinen Gang machen. Nein. Dalo hat mich. Drinnen sind ein paar. Dalo ist drin mit der Aave. Er ist oben. Ach, da kann man rausschießen. Dalo hat mich. Dalo hat mich. Direkt los zu sehen. Shit. Er ist oben. Ah, shit. One and down. Sehr gut. Aber. Das ist da doch schon oben drin. 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 In den Tour Hotter High. Was los? Frag mich nicht. Also nächste Runde muss irgendwer anders die Brand holen. Für mich wird die zu teuer. Wo wirst du denn noch brauchen, Ali? Ja, weil ich die in die Garage reinhaufe. Weil das ist eigentlich relativ gut, die abhält. Ja, aber ich sag mal hiermit zum Beispiel. Ach, f*** nicht doch! Ach, f*** nicht doch! Oh, was? Okay. Hier, B links. 2-5. Ah, f***. Ist doch bei einer da hinten. Äh, ist doch auf links. Nein, Mann! Unter der Garage. Go, go, lecker. Äh, Hotter. 2 oben. Kein Kotz, Mann. 2 Grenades, Mann. Ey. Oh, Mitte einer. Oh, Gott. Keine Chance, ey. Was machen wir? Na, hat doch die andere Runde. Dadurch stünde für early droppen. Achso, du bist arm oder droppen? Ja, ich bin sehr arm. Early ist arm, ja. Kann doch droppen. Wenn ich mal kaufen könnte. Ohohoho. Was war das denn jetzt? Ja, ja. Kann halt von der Terrorbass raus, ne? Wird wieder B. Ne, wird, wird A. Oh Gott. Wird A. 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 über Mitte. Alter habe ich mich erschrocken. Hätte gewartet. Der geht über T-Sport. Alter. Habe ich mich erschrocken, ey. Der wechseln. Wir kommen über Haus. Ufer. Nice. Einer von unten, unten, unten. Fisk. Ja, genau. Zwei. Oben links. Ah Gott, ey. Ah, ist zu behindert. Ich wusste gar nicht, dass wir uns direkt aus deren Basis wegpusten können. Hallo, wer hat Gott? Äh. Ja. Wir sollten nicht kaufen diese Runde. Ja. Hotter? Zustell. Ja, also Hotter dauert halt so ewig fürs Einkaufen. Das ist das Problem. Deswegen kann er nicht so bedroppen. Ja, und dann ist jetzt Emi auch okay. Wir links. Alter, links auf der Treppe. Ist jetzt oben. Oben am linken Fenster. Armin. Good job. Da ist aber noch einer. Der ist low. Unser nur Treffer. Ja, zwei. Oh, ich hätte dich fast geholt. Das ist Fisk. Dadurch nimmt die andere weg. Er ist hinten. Hinter der Kiste. Wo der? Auf der anderen Seite von der Garage. Mit drei Headshotser. Was mach ich denn da? Ich will die Handgun von Tautor gar nicht haben. Ich versuche mal mit dir zu snipern. Könnte in die Hose gehen. Bitches. Langsam wird er mit meiner Genauigkeit. Scheiß auf die Augen. Es war so klar, dass ich gerade jetzt von der Stufe runter geh, Mann. Er hat so lange gebraucht. Er hat so lange gebraucht. Steht da oben und wartet auf mich. Ist das B oder? Granade! Oben rechts bei B. Oben rechts bei B. Nein, Dalu kommt. Ist da bei dem Knife. Ja, ihr habt einen Full Flash. Beide. Beide da. Der liegt gerade auf B. Der andere ist rechts hinten. Oben. Ja. Nice blade. Nice blade, ja. Für dich, für dich. Kann er ja. Der Schlingel. Nice. Nice. Schönes Ding. Grunde gefällt mir. Ist aber auch relativ aufsgeglichen. Also jetzt 7,15. Ja. Macht aber... Du musst ja mal gucken, wie das aus Terrorland wird. Könnte für uns einfacher sein, weil wir halt eine Person mehr sind. Ja. Nein, daran liegt das nicht. Nein? Oh, jetzt wächst es gerade mal nicht. Oh, halt doch. Let's go, let's go, let's go. Mitte aufpassen, dann können wir den Abend. Hey! Oh! Da wo... Der hat sich schon gehört. Der hat sich schon gehört. Der hat noch gut angeschoben. Das ist heute. Hier, B links. B links und zwei. B links und zwei. Au! Äh, einer noch. A Haus. Oh, CD Base. Wie kommt denn der da durch? Ja, okay. Na, mitte gemacht. Einer auf A. Zwei auf A. Keine Ah. Von unserer, von unserer Base. Hock da immer noch. Hock da immer noch. Hock da immer noch. Kommt Flash. Rechts Marf, rechts Marf, rechts Marf. Ja, äh, da. Jetzt links. Genau, jetzt wieder rechts. Da sind sie. Okay. Bomb has been cleared. Facespot. Warte. Warte. Ja. Klicken wir da. Äh, wir machen jetzt eine Eco. Okay. Nicht ganz. Fisk kann auch legen. Ist okay. Fisk liegt mal vertraut auf was. Kann ich mir noch ne Kevlar kaufen? Kaufen wir doch oder was? Ja, guck mal. Was heißt Eco? Achso. Ich muss nichts kaufen. Nichts kaufen. Beziehungsweise vielleicht ne andere Pistol oder so. Oh, da kommt die Brand. Nee. Die kommt von links. Nein. Von unten. Ja, hocken da unten schon am. Direkt am Spot planten wahrscheinlich. Ja, planten gerade. Da kommt eine Bar. Nee. Liquid ist oben bei A. Kommt da die Rache runter. Oh ja. Sehr gut. In der Garage ist runter. Ja, ja. Oh Gott. Kommt zu unserem Spot. Kommt doch rein gelangt. B oben. Fischt. Und jetzt von dir da durch. Und jetzt von dir da durch. Fischt. 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 Ha? Ist B eigentlich. Da müsste einer gepusht kommen. Ist doch B. Rechts ist neiner. Oh Gott. Alter. Könnte los sein. Das wärs wunderschön. Links. Links? Okay. Ja, links. Ja, genau. Ist da links. Nice. Gut runter. Gut runter. Ja, ey. Kommt ihr nen aimbot an oder so? Das ist halt. Ja, du hast vor seinem Tod von 300 Staaten erlitten. Ich kontrollen, ja. Links von dir. Da. Nee, das war Hotter. Letzte Runde. Ihr könnt komplett auftauchen. Wo hoch ist du? Oh nein, meine Waffe! Ich pushe A Haus. Okay. Oben ist immer 12 Meter. Wird wieder B wahrscheinlich. Zwei. Zwei oben. Zwei oben. Einer raus. Einer raus. Er ist wieder hochgelaufen. Flashbang. Oh, weiter bei B. Bei B. Bei B. Incendiary. Throw in Flashbang. Ja, links schon durch, ey. Links auf Baumspot, ey. Tür ist aufgegangen. Da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Da oben sitzt einer. Ist okay, Bombenleger habe ich. Auf dem Treppen, ja. Nehmt nur noch einer? Ja. Wo? Links von dir müsste das sein. Wenn du davor kommst, links. Da oben ist da der Strom. Da oben warst du. Das war einfach. Ja. Ja, war doch eine gute Hälfte. Schöne Ding. Bei mir sehen wir uns morgen wieder.